Kapuze ist es. Ja, ja. Ich hätte gerne Schrohenflüter. Kapu... Ich hab... Ich hab nix... Jetzt, ey, du, komm jetzt, Sano. Du Schweine. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu meiner ersten Runde TTT. Hier mit ganz, 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 ganz vielen Leuten. Dabei sind der Vita Wolf, der Grants ist dabei, Marv, Zockt, Nephias, Nightshade, Krabs, One, Dallocat und, oh mein Gott, Kapuzenwurm. Hallo. 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 Und Julia. Achso, und ich bin auch. Und Julia ist auch. Ja, genau. Und diese hat noch eingeleitet, die geht jetzt wieder. Genau. Special Auftritt, ey. Bei dieser Anmoderation geht mir das Herz raus. Okay, alle außer Kapuze sind's wieder. Ich möchte sagen, Spieldetektiv. Halle auf Kapuze. Ja, danke. Also, jetzt sind die Elke, lass mich hier nicht rein. Marvus, Zocko. Oh, die Waffe. Nein, Mann. So, marv, 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 marv. Was? Marv, 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 marv. M Holten wir übertrage programs Gänsefleisch Gänsefleisch mit eurer Haft geben Schau uns gerne Marv stellen Sie sich da hin Schau uns her So, dann kriegst du ja Urinbecher Danke Oh, Salu Nein Ich geh in die Ecke Da steht das Radar Ja, du hast mich gar nicht gesehen Jetzt einfach mal hier so Schwangerschaft Drogentest ist das hier Super Nightshade, Nightshade schießt Nightshade? Ja Nightshade lebt noch und Dalo ist tot Hallo Links am Haus ist einer gestorben Ich weiß nicht, was da los ist Dalo, hast du nicht gerade geschrien? Nightshade schießt auf dich? Ne, ich hab nur gesagt Nightshade schießt Achso, okay Links ist einer gestorben Aber es ist gerade einer gestorben Ja, ich suche auch Er wurde von einer Scout erschossen Und Julia ist sehr verdächtig mit der Shotgun Jaja Der Nightshade ist doch damit automatisch verdächtig So lange keiner kommt vor Nightshade kommt vor ihm Wen? Links am Haus Hier drin ist einer tot Wo? Der Detekt ist Unten? Nightshade oder Nefias Nightshade oder Nefias Dann ist es Nightshade, weil Nefias ist Inno Was? Ey, ihr immer mit eurem Ausschlussverfahren nicht versteht mich Moment, hier ist noch einer tot Wo? Crabs Hä? Marv! Einer hat sich als Marv verkleidet, der läuft hier nämlich noch rum Ja, ich seh ihn, ich seh ihn Er dreht sich nicht Ah, oh Ne, wie hast du hinter dir? Ne, Nightshade ist es Hab ihn, ich hab nen Trader, bitte nicht erschießen Er hat hier einen Aus drauf geschossen Ne, seh dich, ich schieß nicht Ich confirm ihn Ich hab einen Ich bin aber fast tot Ich wurde Draußen in der Mitte liegt der Wurde hart angesnipert Ich weiß nicht, ob Nightshade der war, der als Marv rumgelaufen ist Ne, ne, war er nicht Ist die... Hä? Die Map ist anders als sonst, oder? Nein Doch Den Marv gibt's immer noch Ich hab keine neue Map runtergeladen Die ist wirklich neu Hier ist ein anderer Turm Ich sitze mich gar nix verstehe Ja, den Turm, der war schon immer da Du wurdest ja nur die Echt? Bin ich da nie hingegangen? Das kannst du noch nicht erzählen Doch, weil du siehst von der Oh, Vita Oh, Vita hat auf mich geschossen Ja, ja, ich dachte du bist der Julia Ja Buchstabier doch mal innocent rückwärts Das steht unten links Hä, kann man hier nicht mehr machen, Vita? Ich glaub, wir wissen, wer der andere Traitor ist Wenn ich gleich nichts versage, hinter mir ist Grenze Ich bin gar nicht mehr hinter dir, glaube ich Thier oder Nordpol Emil Geht's hier auch noch nach unten Cesar Emil, Nordpol, Nordpol, Ida? Vielleicht Ich bin mir nicht sicher Sehe da, du kannst Ja, also ich hab den Traitor ja erschossen Wir sind nur noch zufrieden, Leute Ja, ich hab auch Ich weiß nicht, ob du es war oder ich Ja, du kannst Du kannst auch auf Nefi Grenz hat geschossen Ich hab's gesehen Ah, Grenz ist Traitor Ja Vita? Nein, Vita hat grad auf Julia geschossen Nein, 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 nein Alle auf Grenz Nein, Julia, Vita hat auf dich geschossen Hinter dir Grenz, das war echt schlecht Ja Grenz? Nightshade Nightshade Nein, dann hat Nightshade mich gekillt Ja Geschluder Und ich hab auch Nightshade geschossen Wer hat mich denn abgeschossen, als ich den anderen Traitor Nightshade Der schon genau hielt hat Boah, aber ich hab Marv so geil abgeschossen, so im Laufen mit der Sniper einfach so Sonnenlike ey Also Leute, es ist definitiv eine andere Map Ich weiß nicht Ja, aber der Turm war vorher nicht da Das ist nicht genau Der Turm war vorher nicht da Und draußen stehen keine Palmen mehr Draußen stehen keine Palmen mehr Das ist ne andere Map, die du meinst Also die ist wirklich ein bisschen anders Bei mir sind die Palmen aber doch da Der Turm da rechts Ja, da vorne Aber der Turm war nicht da Aber hier unten Wer hat jetzt hier mit der Uzi geschossen? Hier, ich Marv da Marv schieß Auf dieser grünen Fläche waren Dinger Hallo Wer hat hier mit der Diegel geschossen? Oh, wer hat ne Allein mit Julia aufm Klo hier Ich will einer Oh Wer hat die Diegel, der wird erschossen Einen Schuss hast du Julia, dann bist du tot Ich hab keine Ich bin ganz, ganz brav und lieb Ich würde nie jemanden lieb Oh, ich fragst Ich hab Angst Geht's alle weg von mir Wer war der andere Marv? Warum hast du seinen Namen nicht gesagt? Hast du, ah, Nightshade schon wieder Kann ich seh'n Bitte lasse mir die Ode Ja, weil du doch wen gesucht Ey, hast du Nightshade? War das ein Mordversuch? Nein, nein Ich glaube, Nightshade wollte mich umbringen, Leute Du hast auf dich geschossen Marv hat ne Diegel Marv hat ne Diegel Marv hat die Diegel Ich hab sie grad aufgesammelt Die Leid der Ode Als ob da noch ne Diegel liegt Natürlich Crabs wollte ich die schnappen Ja, ich wollt's ja auch Crabs macht mit dem Falschfader Hast du nen Waffenwechsel? Ja, ja, ich bin immer böse Hier auf die Sniper, damit ich nix treffe Ist mir zu heikel mit euch Gehirn Julia, lebst du noch? Und tschüss? Ich leb noch, ich bin noch da Doch Noch leben alle Hier wurde ne Granate runtergeworfen Nein, gar nicht Einer muss tot sein Ich hab nur sieben Punkte auf dem Radar Julia, eine Stärkung für Zwischendor Ja Ich leb noch Ich bin ja bei Capuzo Julia Ist ja ein Österreich Ist ja alle draußen oder was? Ja Leute, irgendwo ist schon ne Leiche Ich hab nur sieben Punkte auf dem Radar Wer ist oben? Ich hab oben auf dem Haus Ich bin noch oben hier auf dem Haus Ich bin noch oben hier auf dem Haus Vorbeigesogen Das war geplant, Marv Wenn ich gewollt hätte wärst du jetzt tot Einer ist tot, einer ist gestorben Ich hab sechs Punkte Wir haben mit der Heiligen grad getötet Wie tut der Ei? Ich bin angeschossen Hallo Leute, was soll das? Grants, was hast du gesagt? Ich hab gehört, du bist Tracer Marv ist tot Nein, 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 er ist tot Er ist tot, er ist tot, Leute Ich hab ihn Ja, okay, alles klar, Leute Damit bin ich safe Damit bin ich safe Und Vita hat Marv gekillt Ja Ich hab Vita gekillt Ich hab Marv gekillt Ja, 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 aber Vita hat Marv gekillt Hier ist Marv, ja, wusste ich Hab ich gesehen Oh Okay Bin so aufgeregt Vita, nicht böse sein, aber ich hab was auch gesehen Es war jetzt nicht nur auf Verdacht Grants, also wer war's, wer war's? Vita war's Vita war's tot Den haben wir Dein Kollege Gut, Kollege, ich kann's nicht aufgeben Du bist alleine Wo ist die Leiche? Es kriegt nix Wir könnten das alles regeln Unten, vor dem Haus Okay Das heißt am besten Vita suchen und erschießen Vita ist tot Vita ist tot Achso Das siehst du auf Tab Da ist rot Wo ist seine Leiche? Ah Unten, vorm Haus Nein Im Wasser Ah ok Nein Die hat irgendwie, die hat die gerade mitgenommen Oh, wer hat da geschossen? Die Augen Das war die Julia Die Julia ist oben gerade gestorben Julia, sag was Die Entl Red mit mir Die Entl Da wird geschossen Okay, Dalu ist es Aber Dalu kann's noch nicht sein Dalu ist das mal nütter Bub Nein Ich war richtig nett Hallo Hallo Sind sie es? Hallo Im Haus alle Also passt auf im Haus Okay Irgendeiner hat unten Wer ist unten? Ich bin unten Dann ist Dalu Traitor Da ist grad n Punkt verschwunden Ja, meins ist doch klar War doch schon Aber ne, kann nicht sein Es gibt neun Punkt unten Das ist unfair Pass auf Crabs Der kommt hoch Ich bin schon oben Vita kannst du mal bitte dich um den Detective kümmern Wo ist'n der? Ach du Song Auf der anderen Seite Ja, jetzt seh' ich ihn Warte, ich bin gleich hinter ihm Nein Ey, was hast du vor wieder? Ich such' ne vernünftige Waffe Jetzt muss ich da extra rüber laufen Äh, kauf mal bitte ne Heal Grenade Ich hab keine Grenade Warte, warte Heal, Heal, Heal Flash Gott, wo ist'n die? Linke Seite Ganz unten Ganz unten Ganz unten Ganz unten, linke Seite Da fehlt mir ein Pünktchen Ja, ein Punkt fehlt mir auch Dann hol' ich ihn eben Ja, wenn der tot ist, dann brauchen wir ihn nicht mehr, ne? Komm aus dem Wasser raus Weißt du grob wo er ist? Im Wasser Ja, hier ist viel Wasser Direkt unter Direkt unter, also neben uns In elf Sekunden spring' ich rein und hol' ihn Ich hab' keine Idee wo das sein könnte Kauf dir nen Radar, der kostet dich nix Ich muss mir was anderes holen Äh, warte, was sind das für Geräusche hier? Vielleicht bin ich das Müssen wir unbedingt'n Radar kaufen Müssen wir unbedingt'n Radar kaufen Ich hab'n Radar Ich hab'n Radar Mach' die Tür auf und ich bin tot Ja Aber was sind das hier für Geräusche auf einmal? Unter Wasser, Piranha Achso, hast du die angemacht, ja Echt? Sind Piranhas? Piranhas macht man nicht an, die sind immer da Wenn du zu weit rausschwimmst Ja, mach' mal die Piranhas doof an Die wichtigste Frage ist sowieso Wie macht man Piranha an? Ah, du geiler Fisch Mit nem Stück Fleisch, ey Kommst du öfters vorbei? Na Bock auf nen Keybone Steak? Du hast aber nen geilen Überbiss ISO Sehr gut Ohhohohohohohohohohohohohohohohohoho ситу Ich find' den schon wieder schlecht Gleich, gleich, übernehmen Leute, Leute schon wieder Ich auf dich Wieder wollte er mich umbringe Diesmal war andersrum A đây Dallukat yours Versuch Ich versuch' gar nix Halter, hier explodiert ja alles Dallu Dallu Hast du mich erschrocken. Kapuza hat ihn aus dem Fenster geschmissen. Was? Die Leiche aus dem Fenster geworfen von Nightshade. Wieso ist Nightshade denn schon tot? Ja, weil er ihn erschossen hat. Er redet, obwohl er tot ist. Jetzt lügt er. Jetzt sind wir noch die Regeln gebrochen. Kapuza ist es. Ja, ja. Ich hätte gerne dich rohen, Flitter. Kapu... Ich hab... Ich hab nix... Jetzt ey, du komm jetzt da du. Du Schweine. Okay, ist Nightshade bei mir? Ja. Nightshade, warum bist'n du so angeschossen? Ich hab nix mit so Piranha. Ah, versteh. Ich seh schon, dass ich sterbe. Oh, hier sind überall Diss-Kombos, ey. Wer schmeißt die denn immer? Nefias... Nefias hat auf mich geschossen. Nefias hat er nicht. Lass mal eine Diegel da, Nightshade. Hört ihr mal zuhören. Ich hab's gemacht, Raps. Hallo, Nefias hat auf mich geschossen. Wo ist er denn? Der ist in den Tower gegenüber, oder? Naja, da kämpft er. Nightshade, gib mir die Diegel. Aber es ist noch einer hier. Ne, das ist mein Gelass nicht. Gib mir die Diegel. Ich hol mir die, so oder so. Bevor es mal soweit ist, dass ich mal die Diegel... Nein, nein, nein. Okay, stürbel, stürbel, stürbel. Wo ist er denn? Oh, der Headcrap Launcher! Oh, der Headcrap Launcher! Was war das? Wie ist denn das nicht, dass mir das dann irgendwann mal passiert, dass ich irgendwann mal Detective werde, aber was muss ich denn eigentlich mit dem machen, das wollte ich auch nochmal fragen. Du bist Detective. Nicht, wenn ich auf einmal Detective werde! Äh, Grants, könnte das gewesen sein, dass Fenster hier kaputt war. Keine Ahnung, ich kann mir nicht... Nein, das habe ich gerade kaputt geschossen, Peter. Boah, hier! Ich glaube ja, es ist Kapuze. Nein, 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 nein! Kapuze könnte es auch gewesen sein, weil da draußen stand. Natürlich! Nee, ich war gerade draußen, aber mir ist gerade der Headcrap Dings da in der Nähe explodiert. Das ist da vorne, das ist der. Konfirm mal einer, dann hören wir mal, wie viele tot sind ungefähr. Wer ist hier? Weiß ich, was ist... Grants, der hat nichts in der Hand! Ne, Fels lebt aber doch! Warum hast du gerade nichts in der Hand, Grants? Weil ich gerade meine andere Waffe da unten reingeworfen habe. Kannst du gucken, die M-Wafel liegt hinter der Treppe. Ja, ich sage ja, pass auf, aber Nefels lebt auch noch, glaube ich, oder? Julia, gib mir back ab, wenn ich jetzt sterbe, ist es Grants. Ich bin gar nicht bei euch. Ja, du bist am Tourmalay mit einer Snap! Marvus, Fokus hat die nicht identifiziert. Doch, ich habe die beide identifiziert hier. Mach schnell, bevor du abgeschossen wirst, mach! Dalu ist tot! Ja! Dalu ist tot, ja. Warst du das, Marv? Wie soll ich das denn jetzt gemacht haben? Jetzt nicht lügen! Oh, das sind Headcrap, oh shit! Ich hasse die! Hey! Wer schießt hier? Hier, das war Vita, der hat auf dich geschossen war! Nee, ich steh doch hier! Wo? Wenn du dich schießt, dann bist du nicht. Guck mal hier, hinter mir stand der Detective! Hinter mir stand der Detective! Was jetzt zielst du auf sie? Was ist passiert? Grants, geh weg mit deiner Pumpe! Was macht der denn eigentlich? Okay, jetzt reicht's! Heiliger auf Vita! Ich schieße, wenn du was wirfst! Oh, ich schieße das nach Raten! Okay, okay, okay! Geh weg da, Julia! Ah! Nee, jetzt nochmal langsam! Was will ich der denn machen? Grants, Vita, das ist Julia! Wollen wir einen Malorientest machen oder sowas? Du standst hinter mir, hätte ich gehört, wenn ich schieße! Vita, sag mal, was ist wo? Leute, Craps ist tot, das heißt, Nefias ist frei zum Abschuss! Hättest du dann gehört! Oh fuck ey! Ich hab's nicht leider nicht verstanden! Ach, scheiße! Marv hat Kapuze mitgerissen! Soll ich jetzt nochmal langsam für die Blöden? Was? Ich war der letzte Überlebende! Wer war das jetzt? Wer war das? Marv! Nefias und Marv waren! Aber ne, das ist ja so, weil er zu dumm war, da reinzukommen! Nefias schießt auf mich und dann bin ich tot! Ne, ich hab's gehört, Craps! Ne, ich hab's gehört, Craps! Ne, Nefias war ja auch tot! Ne, Nefias war nicht tot! Oh nein, Nefi! Jetzt lass doch bitte mal kurz Julias... Soll jetzt erstmal ganz kurz ja... Eben, Julia, was ist los? Genau, wie läuft das mit diesem Detective jetzt eigentlich ab? Da kenn ich mich ja gar nicht aus, das haben wir vorhin vergessen zu erklären! Wenn du zäh drückst... Äh, Detective ist der gute Traitor, der kann Sachen kaufen und dann kannst du da... Genau! Du kannst du zähl Sachen kaufen! Der gute Traitor! Dem kannst du... Du bist halt direkt vertrauenswürdig, weil du halt nicht der Traitor sein kannst! Richtig, das sieht jeder! Achso, das sehen die Leute! Ja, genau! Sooo! Genau! Und du kannst halt coole Sachen kaufen! Jetzt kannst du's sehen, der der blau ist, zum Beispiel jetzt ist Vita der... Nightshade! Oh ne, nicht so wieder bitte! Der Traitor! Nightshade! Schieß doch mal wieder! Jetzt ist Vita der Traitor! Aber Craps, ich hab dich diesmal gehört, keine Sorge! Bin bei Craps? Ich hab's auch gehört, aber ich wurd ja ermordet! Ne, ich hatte nächstes Jahr so noch einen Hinterkopf... Wurde gehead-Crab und ich dachte erst Nightshade hat auf mich geschossen! Das ist der Nefias! Jaja, der ist jetzt immer, hab ich gehört! Ey, wer ist da grad... Was? Ich hab diesen Monat noch keinen Traitor-Pass bei Dalu gekauft! Ich hab kein Geld! Äh, am Donnerstag ist wieder reduziert, ne? Achso! Ah, cool! Was denn, Marvus? Du bist jetzt auf Platz Nummer 1 bei mir, ey! Wie weißt du das? Wie ich das meine? Warum? Hallo, Detektor! Warum? Ich hätte gerne deine Jacke und deine Schuhe! Ich hab alles, was ich brauche, danke! Ich bin die ganze Zeit hinter dir übrigens! Ich hätte dich die ganze Zeit killen können! Oh, Herr Nefias! Du hättest ja meine Jacke und Schuhe nehmen! Hallo Herr Kapuze! Was, äh... Hab ich ja schon mal! Ne, einmal jetzt! Jaja! Weil du so einen guten Style hattest in der ersten Runde! Und jetzt kriegst du die Heilige da rein! Wo ist die Grants los? Ich steck fest in der Granate! Julia! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Ich hab die Tür zugemacht, wieder damit wir hören werden! Und dann eine Heilige gewesen wäre! Guck auf Smoke! Was geht denn hier an? Das ist eine Heilige von Nigel! Was machst du? Ich glaube, es kommt jemand wieder! Irgendeiner muss unter uns sein! Oh, da hat wir geschossen! Unter uns! Wie viele Punkte? Äh, zwei! Ah, da unten ist Marv wieder! Lidö! Uh, ne Marv! Ich glaube, er kommt! Ich glaube, er kommt! Ich komme, ich komme, ich komme! Aber bitte, Kapuze, bitte wegwischen wieder! Entschuldigung! Hat jemand ein Nahtuch für Kapuze, ey? Ah, ich habe mich an Marv vorbeigetragen! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Lass die Tür zu! Okay! Ich geh aufs Klo! Gut! Julia hat noch eine Huge, da sind wir sicher! Du solltest die Waffe wechseln, Julia! Hier sind ein paar bessere! Die hier! Alle! Alle! Nein, ich habe dieselbe Waffe nochmal aufgerufen! Ich gebe doch aus! Der Sniperdwehr! Der Sniperdwehr! Einer wurde angeschossen von uns! Ne, wie? Da selbst! Oh! Die habe ich nicht mitbekommen! Dann geh lieber da weg! Wo seid ihr denn? Shit! Was sind denn alle? Wie da ist es zu riskant? Jetzt hau da ab! Wie da? Der Einziger, der oben am Dach nicht angeschossen wurde, ist übrigens Marv! Ich finde das allgemein ist dann sehr verdächtig! Wer schwimmt jetzt hier ganz außen rum? Der Marv schwimmt jetzt hier ganz außen rum! Du willst auch eine Pump? Nein! Was könnte ich hier wohl suchen? Eine Pump-Tiegel-Shotgun! Eine Pump-Tiegel-Shotgun! Eine Pump-Tiegel-Shotgun! Eine Pump-Tiegel-Shotgun! Marv hält sich verdächtig! Wenn ich unten eine Leiche finde, ist Marv oder Granz... Hier ist Nightshade! Ah ja! Der hat gesniperd! Leute, kann ich Nightshade abschießen? Ich bin mit Granz alleine! Ich bin mit Granz alleine! Und das bin ich lebensperren! Der Vita ist da! Vita ist doch Detective Junior! Leute, Nightshade ist es! Ich dachte Vita wäre runtergesprungen! Oh! Ich weiß es! Crab! Ich weiß es genau! Ich wollte kacken gehen! Du kannst nicht mal auf die Klo stellen! Ich hab mich entschrocken ey! Also ich weiß, ein Traitor... Also ich hab ein und zwei Verdächtige und davon ist einer Traitor! Also mich kannst du von deiner Liste streichen! Also ich sag jetzt einfach mal... In den Eremen... Also ich sag jetzt einfach mal... Crabs ist sicher! Nee, Crabs ist sicher! Karma ist mir egal, Alter! Da wo Crabs war, konnte er nichts machen! Also er war die ganze Zeit da! Hast du die beiden Augen? Nee, ich hab nur Kapuze hier im Auge! Der reicht ja! Der reicht ja! Was kann ich? Nix! Und Crabs hätte ich jetzt erschießen können eigentlich! Schieß er, schieß er! Ja! Er ist auch sicher! Hier kommt Granzo! Kann natürlich sein, dass Crabs trotzdem Traitor ist und einfach nur lauer ist! Ja, Granz... Weiß man nicht! Aber ich würde einfach sagen, er ist sicher! Weil dein Vorhaber Liste ist! Geh weg, Vita, Vita, geh weg, Vita, komm schon, du lachst von mich geduckt rum. Wer war das? Alles ist cool. Jalo hat grad Vita getötet. Dann ist Grenze andere. Hab mich doch hier gesehen oder nicht? Du, er wurde weggesnipert, du Pfeife von Krabs. Von da rechts. Krabs hatte ne Shotgun grade. Er hatte aber grad, er hatte ja auch die Silence-Sniper. Da wo Krabs war, kann man das eigentlich eh nicht hören, wenn einer... Da ist Marv, Marv ist hier unten, Leute, der hat bestimmt gesnipert. Moment, ich kann den DNA-Scanner benutzen. Nee, Leute, ich hab nicht gesnipert. Ja, schnell, dann mach schnell, mach schnell. Ja, nein, ich schau euch nicht. Leute, ich weiß, wer es ist. Es sind vier Leute da. Ich glaube, es ist Marv gewesen. Also einer, ich weiß, wer es ist. Und Marv wollte vorhin auch schon meine Jacke und Schuhe klauen. Wer liegt da? Ach, Vita. Ach, Vita, Vita, Vita. Nightshade. Leute, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Nightshade ist. Der hat nämlich die Waffe gewechselt, nachdem ich gesagt hab, er hat ne Sniper. Nightshade, drück mal 6. Find's ja verdächtig, dass ich Grain zur Stadt zurückziehe. Ach, verdammt. Allein, dass Grain zu mir auf dich bestellen wollte, dass ich den Detektiv erschossen habe. Das sah aus meiner Perspektive echt so aus. Ja, aber das kann natürlich auch wieder sein, dass du's gewusst hast, weißt du? Ja gut, das kann sein. Der Grain zieht sich ja verdächtig zurück. Ich tipp auf Julia und Nightshade, liebe Leute. Nein, nein, Krabs ist doch schon confirmed. Krabs schießt, Krabs ist doch Traitor. Krabs ist hinten bei den Toiletten. Hilfe! 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 Ich arme mich! Was? Krabs lebt noch. Nein. Du bist... Krabs suit? Erlöge mal! Daniel, er kommt hier entgegen. Erlöge mal! Pass auf, der versteckt sich da irgendwo. Au! Der ist Nightshade, denn jetzt heilig. Nein! Dead Ringer, Dead Ringer, ich bin gleich tot, Leute. Wo denn? Ich brauche Hilfe. Dead Ringer hinten an den Kloß. Ich hab ihn doch... Oh! Unsichtbar erschossen! Wer ist jetzt der andere? Nightshade? Ist Nightshade frei zum Abschuss? Nein, weiß ich nicht. Warum soll ich frei zum Abschuss zahlen? Balu? Lebst du noch? Ne, ich bin nicht Detective, also ich weiß nicht, wer der andere ist. Wer ist denn Detective? Also Nightshade ist gleich ganz breit von mir vorbeigelaufen. Ja, weil Nightshade will zu mir. Nightshade will den Besten zuerst wieder. Warte, bitte. Kann ich Nightshade töten, Leute? Wollen wir uns ein Bier teilen? Hier, schau mal, ich hab extra was gelagert. Oh, das ist aber geil. Guck mal hier unten, das richtig Gute, ey. Boah, richtig gutes Stieglerbier hier, schau mal. Nightshade flieht von mir, Leute. Das kommt da nicht raus, warum nicht? Warte mal, wir können das anders auch rausholen. Ja, ich hab ein bisschen... Hallo Nightshade flieht. Julia, rennt da weg. Die Julia, rennt da weg. Geht nicht. Jaja, die Julia ist ganz brav. Julia wird nie was machen. Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Ich glaub bloß wir haben noch mal Bayern in der Runde Und er war's abgelaufen Kapuze hat zu lange gewartet Ich hab die ganze Zeit probiert, dass irgendwer alleine ist Hab ich alles nicht geschafft! Du hättest mich auch wiederbeleben können Oder der Darluka ist da hinten in der Ecke ganz alleine, ohne Leben Und Marc hättest dich erschießen können Ich hab mich gekillt und ich hab die ganze versucht Den hab ich gekillt übrigens, muss ich den Bein Ich will mit dir ein Bier trinken gehen und der Darluka sagt auch noch Ich geh mit dir ein Bier trinken Hängigem Kind und sagt gleich, vertrau mir Hab ich seinen Kissen Der Österreicher rastet aus, ey Ich guckte die ganze Zeit überlegen Was macht der denn los? Ich hab versucht, dass ich alleine bin mit irgendwem Sagt Julia, ja ich bin brav Ich hab viel wahrscheinlich das Gewissen gehabt Wow Okay, ich glaub Julia ist das gerade geworden Das hätt ich mitbekommen, wenn ich's gewonnen wäre Das hätt ich mitbekommen, wenn ich's gewonnen wäre Ich hab das im Sound gehört Pieck Also das hätt ich mitbekommen Ey, wo sind die Granaten, Leute? In meiner Hand, alle Schmeiß eine auf mich Aha Woll ich? The Crabs Oh, wer hat mich geschubst? Oh Julia Ja, ja natürlich, immer doch Und Horst Horst Horst? Wer ist Horst? Wer ist Horst? Horst? Wer ist eigentlich Horst? Der spielt auch Oh, Nightshade, schön ins Auge Hey Lümmel 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 Hallo Nightshade Leute Ich glaub das lebt hier Ich kann nicht Ich kann nicht Also Dalu kann ich auch sagen Dalu kann Warum? Dalu... Ah, Heiliger hier! Halleluja Ab ins Wasser Oh Gott Es war doch nur das Chili von gestern Abend Hey Shotgun Shotgun Vita war's nicht Ah, wie tut mir dieses Kapuze, Leute Wenn ich tot bin Grants hätt es gewesen sein können Crabs, lebst du noch? Ich war im Wasser grad Da hinten brennt's da, du Auf'm Steg Steak? Mmmmm Yummy Yummy, 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 yummy Ich will einfach nur an dir vorbei Ja Der Grants hat das fallen lassen Oh, da, er will explodiert Da ist er explodiert Oh Gott Der Grants ist bei mir Julia ist tot Julia ist tot Julia ist tot Warum ist Julia tot? Wo denn? Wo? Sag mal wo? Wo ist Julia gestorben? Irgendwer hat mich gerade getroffen Hallo, wo ist Julia gestorben? Auf'm Steg, auf'm Steg Wer schießt da? Und irgendwer schießt noch auf mich Irgendwer snipert auf mich Dann muss wer im Turm sein Ich bin schon wieder getroffen Und gleich bin ich tot Nice Wer hat mich gesehen Was war das? Ich hab... Julia, ich hab dich ausgesehen erschossen Ich dachte du wärst ein Indo Ich hab das Tee nicht gesehen Wer war das jetzt? Ich hab gesagt was, was, was Was der Maatzeiger soll bedeuten Hab drauf gedrückt Und dann gleich war ich tot Ich hab mir so scheiße Ich hab was gemacht Traitor, er schießt Traitor Und wer hat auf mich geschossen? Ich Crabs hinter dir hinter Ich war hinten aufm Boot Aufm Boot? Was für ein Boot? Wieso bist du gestorben, Nephi? Ich weiß nicht, wer mich erwischt hat Wer hat mich erwischt? Ja, wer wohl derjenige Der sich so gefreut hat Mav hat wieder gewürfelt Ja Ja Ich hab gewürfelt, genau Und dann hab ich gedacht Ah, der Nephi hat Und dann bin ich direkt hin geflogen Und wohin gegangen Die Map ist aber echt anders Man sieht, ey Überhaupt nicht weit Das ist alles neblig, ey Das war schon immer so Nein! Nein! Natürlich! Ihr verwechselt die Map mit einer anderen Nein! Weißt du woran das liegt, dass deine Grafikeinstellung so scheiße ist Dass du immer Nebel hast Auf jeden Fall Nebel war schon immer Du konntest noch nie von einer Ecke zur anderen gucken Das stimmt Aber nicht so schlimm Danke Vita Nein, immer genau so Vita wo? Die Map updatet sich nicht von alleine Was? Vita Lass mich in Ruhe Ey, wir haben die Spiele weiß Du legst es drauf an Wir haben den Video gewonnen Ja, genau Ihr seid alle schon älter als ich Und deswegen vergesst ihr das Schon zwei Wochen her, Leute Vita, ich hab nen Stuhl Du bist einfach zu jung, um den Weitblick zu haben So musst du das sehen Mach bei mir Jede Woche denkt, das ist ne neue Map Wenn du das merken lasst, ey Boah, die Map Die hatten wir noch nicht Das ist total neu Hier ist Light Shado Marv immer noch hier Ich hab ne Shotgun Shado Hast du Angst? Ja, ich hab Angst Ja, ich hab Angst Aber da oben ist eh der Detective Marv ist auf Waffen Kapuze Nein, nein, Kapuze Oder Kapuze wollen wir einen Trinken gehen Kapuze legt's immer drauf an übrigens Da kommt ja die Detective Ich bin mit Kapuze in einem dunklen Kapuze Autsch Der Marv hat grad an mir vorbeigeschossen Oh Kapuze, lass die Hose zu Alter Wo ging denn der jetzt runter? Da, Kapuze ist dadurch gestorben Wo denn? Hier Ich sag nie was ich... Ach, da! Hier! Wo denn? Hier! Wir wollen doch nur einen Trinken gehen Wow! Headcrabs Nefias hast du das überlebt? Nefias hast du das überlebt? Ja, ich leb noch Ich bin noch in der Kabine Aber ich bin... Nein, 33 noch Hä? Achso, da drinnen Alter Ach denn, ich bin kein Headcrabs Bin ich allein mit Julia? Ja, bist du der Traitor? Krabs ist hier unten Dritten Nummer hier unten Marv hier bei mir Marv ist Vita! Was schleifst du denn da so rum? Marv ist es... und neben Marv steht der Detective Hallo Detective! Komm raus, komm raus, komm raus Alle tot Schießt du auf uns? Wer ist denn hier noch? Ich höre auf Marv... Marv hat... Marv hat... Nightshade ist auch tot Ich weiß auch nicht, warum er aus uns schießt Es ist... Es ist völlig unnatürlich Krabs! Hast du noch Punkte? Hallo Katka Du bist fast tot Warum bist du fast tot? Ja, weil der Detective um mich ballert Während ich irgendwie den Traitor schieße Ist er confirmed? Wer ist der Traitor? Ja, Marv ist Traitor! Wie kommt der da drauf? Einmal hat er eben probiert, auf mich zu schießen Hat an mir außerdem vorbei Gegen die Fensterschappingschossen Direkt meggelaufen Wer ist das Detektive? Marv hat Krabs Da siehst du... Alter, siehst du... Achso, das ist... Ich war das nicht! Achso... Marv ist inno So, dann... Vita... Warte, warte, warte Hier war mein Waffe Ich bin eben hier reingekommen Hab hochgeguckt Und er hat sofort das Feuer auf mich Was soll ich denn da sagen oder denken? Ey, wer schießt denn hier? Unten Julia, unten Julia Dalu schießt, Dalu schießt Ich hab sie, ich hab sie! Julia ist tot Das gibt's doch nicht Wie doof, dass ich hier so war Ey, Marv, was war denn das in der Aktion? Renz, Flashbein, guck rein! Das mit dem Headcrap Launcher war aber endgut, ey Kapuze und mich hat's voll zerrissen Ich war aber noch nicht weg Gerade mit der Melone in der Hand weg Ja, auf einmal lag ja in einer anderen Ecke Kann man die Gestalt anderer annehmen? Ja, als Traitor mit dem Doppelgänger, Alter Deswegen hab ich ja gerade noch gerufen So crapst du das wirklich? Ich hab auch gesehen, es gibt Fake-Leichen, die explodieren, ne? Hab ich auch gesehen Wär jetzt so hoch abgeballert Also jetzt nicht hier bei uns Vorlächste Runde Ich heiße nur die Huge, ey Es gibt uns so unvergleich wie Minecrafts Nur nicht so eckig Boah Oh, ich bin's schon wieder, leider Da du, ey Hast du auch die Huge da, Lu? Ja, ich hab sie leer geschossen, damit kein anderer die aufhebt Aber die ist zu gefährlich Ja, das darf kein anderer annehmen Ey, Nefi, Vorsicht, ich bin mit der Huge hinter dir Bitte, was machen sie denn da rum? Es könnte dich ein Schuss treffen Ja, ich will hier irgendwen töten Sind sie kein Pazifist, kein Pazifist Ding Bleib mal beim Detektiv Na, na, ich bin völlig gewaltsam Du bin, ich bin, ihr solltet sich verbrauchen Ey, Nefi, hast du was gemacht, oder? Ich bin zu schwer im Boot Oh, das ist scheiß bunter Kapuzenwurm kam runter Ich geh runter Ich geh runter Wenn oben ne Leiche ist Kapuzen Oben liegt ne Leiche Nein Kapuze 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 Oh, Gwenz Alter Gwenz, was willst du hier? Ich will dich töten Ja Ja, ich glaub auch Leute, ich glaub es ist Nefi Ne, da hätt ich dich ja jetzt wieder erschossen werden Da hätt man aber Angst haben müssen Ja, hab ich Nein, ich hatte keine Angst Ich hab mich nicht erschrocken, oder so Detektiv, du Deine Aufgabe Wenz schwimmt, der will bestimmt in den Traitorgang Ey, geil, hier unten ist so ein Wagen Julia, du kannst mir vertrauen Nein, nein, ich vertraue dir überhaupt nicht Vertrau niemals Vertrau auf die Kapuze auf die schießt, wenn er gar nicht geschossen hat Doch, ein anderer hat die Identität von Kapuze angenommen Julia, du hast nicht Ja, so ein Blödsinn Dann läuft noch ein anderer Kapuze Da ist noch ein Kapuzenwurm Auf ne Waffe Hier ist noch ein Kapuzenwurm Hier ist noch ein Kapuzenwurm Nee, Grant hat leider eine Discombo hochgebrochen Nee, ich hab schon, aber Ich hab gern besser auswahl Ja, unten ist das verboten Kapuze Ich hab... Was? Wer hat da geschossen grad? Sniper Ja, der Dalu lebt noch, Leute Der macht da immer Ey, Lightshade sagt was? Julia, hast du ein Radar gekauft? Ja, ja, ja Lightshade lebt noch Darf ich Dalu töten? Und dein Kollege, mit dem du gerade getarnt hast Ja, der Nefias lebt auch noch Nefias lebt auch noch Woher soll ich das wissen? Weil du niemals Dalu vertrauen darfst Ja, Dalu würd ich sowieso nie vertrauen Das ist gut Oh! Die richtige Einstellung Ja Du willst es nicht brauchen Manche Leute müssen... Julia, wir Leute aus dem süddeutschen Raum müssen zusammenhalten Natürlich! Jetzt lügst du aber Ich hab überhaupt kein... Zeig mir deine Scout Zeig mir deine Scout Zeig mir deine Scout, wenn du stirbst Zeig mir die Scout Ich schmeiß sie dir zu und sterb dann trotzdem hier Guck mal ein Hallo, Mav Da, du Machst du das? Geh weg Es ist Mavs du da Machst du hier? Machst du hier? Gebt mir meine Waffe Gebt mir meine Waffe Machst du hier? Was machst du hier? Ich versteck mich Was machst du hier, Mav? Ich geh Ja, super Es klaut dir immer noch die Waffe, du bist so'n Sack Zunächst mal schieße ich dich für so'n Scheiß In der nächsten Runde gibts ein random kill, Leute Das ist Nightshade Kapuze, Kapuze hat Nightshade erschossen Und geschluckt auch noch Ja toll, es muss hier runter Leute, ich schlache den Wetter jetzt noch mal richtig an, okay? Was willst du in die Hand schnähen? Die dumme Ahnschuldigung, ich halt's nicht aus Nightshade, was machst du da? Ja, ja? Ja, hallo? Ja, hallo? Komm, Nightshade, es würde keinen Haufen Ich hau ab, Leute Es würde keinen Haufen Komm her, Nightshade Ich werd von den beiden Traitern verfolgt Ich werd von Nightshade und Kapuze Wer ist da ins Wasser gesprungen? Woh! 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 Wir kommen doch, aber da oben steht er am Dach Wie kommt man da hoch? Wow nicht mehr, ich hab den Weg dahin kaputtgemacht Guck Nightshade Halt auf dich geschossen Ich hab den Weg kaputt Okay komm, 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 warte, warte, spring auf mich Ich spring auf mich Wo bist du da? Joay, ihr fährst vorall Geh hoch Geh hoch Jetzt hängen sie fest und jetzt zwei Schuss Wo seid ihr alle? Pass auf, der lag, pass auf Vita Da lag, glaub ich, ne Granate Da hallo? Komm da runter Wenn einer von euch auf mich schießt, schieße ich euch beide mal auf. Julia ist gerade mit dem Haus untergegangen, aber sie lebt noch. Ich lebe noch, aber... Ich weiß nicht, was wir machen. Wie mit dem Haus runtergegangen. Ja, das Haus hier kann der Traitor aktivieren. Irgendeiner in einem Haus kann das gewesen sein. Ich glaube, es ist Vita. Ich steh nicht mehr. Wo? Ich glaube, es sind nicht Nightshade in Kapuze. Wo? Bleib geschossen. Ja, und Kapuze auch nicht, aber in unserem Haus muss noch jemand sein. Das bin ich. Okay. Ich vertraue jetzt mal Dalu. Ich wollte nur schauen, was ihr hier macht. Wirst du da bei uns vielleicht? Weil ich hab's rot finden. Also Nightshade und Kapuze sind safe. Ja? Meinst du? Ja. Wer hilft denn da noch? Ich hab den einen Verhör unterzogen. Aber einer von denen muss es ja eigentlich sein. Ne, wieso? Ja, weil Marv ist schon Missing in Action. War der Traitor oder was? War der Traitor? War der Traitor? Ja, immer noch der Meinung, dass es da, Luis. Ja, glaube ich auch. Ja, das ist meine alle immer. Das ist der Schwachste. Ich geh da mal in dieses andere Haus, in dieses andere Gebäude. Hallo? Hallo? Nefias ist da. Woa! Nefias ist es! Ich baller Nefias erst. Dann haben wir einen Traitor und damit bin ich safe. Für... Und da haben wir das Kapuze, Leute! Ah, siehste. Und du hast eben gesagt, Kapuze ist safe. Ah! Da ist einer... Boah, bin ich geil, Mann! Nefi! Nein! Hab ihn! Ah! Julia, geh du durch den Haupteingang. Ich komme da von hinten. Du durfst zu schießen. Das ist meine Spezialität, ey. Von hinten? Scheiß... Ey, lass das! Ah, verdammt, Kapuze. Aber der war geil, ey. Ey, du Lackschotter, Alter! Ehrlich, ey! Äh, Alter, ich hab mich... Und alle drehen wieder voll durch. Jedes Mal, wenn einer geschossen hat, hab ich gesagt, dass Kapuze ist. War das die Last Round hier, oder? Ne, jetzt ist die Last Round. Und ich... Und ich... Und ich... Und ich... Und ich... Und ich... Ich war's nur, weil du so oft gesagt hast. Das kriegst du jetzt gleich wieder. Das ist so wie eine Krankheit, wenn man sich einredet... Ich hatte einen Radar und du hast die ganze Zeit da gehangen. Ich denk so, okay, geil. Am Anfang war er noch gar kein Traitor. Das kam dann erst so während der Runde. Das ist halt eine Krankheit. Könnt ihr mir die Deal da lassen, mein Freund? Es gibt halt Leute, die sagen, Ja! Vita ist sehr verdächtig! Was hat er gemacht? Nefias war's, glaube ich. Oh, Nefias, wo bist du? Oh, Nefias, wo bist du? Nein! Die Craps, ich war das nicht versprochen! Bring! Nochmal! Schießt wer, du schießt wer! Craps oben! Ich will nicht schützen! Hier ist grad ganz tief gefallen und ein leichtes Opfer. Bring! Ich glaub der Marf hat's grad noch nie... What the fuck? Na, hallo Craps! Na, hier oben ist noch alles. Ich suche Nefias! Nein! Du musst doch nicht! Wow! Endcrap Launcher! Drinnen bleiben! Wuh! Oh, der kam rein! Der kam rein! Alter! Ich leb noch! Ich leb noch! Ich hab auch Schaden bekommen! Ne! Ja, aber woher? Wo ist er gelandet? Am Dach ist er gelandet! Der wär geschossen! Ne! Ich schieß grad Nefias! Ich hab 61, ich hab den noch! Ich schieß grad Nefias! Ich schieß grad Nefias! Nein! Ich bin hier nur Craps! Oh shit, ich hab Angst vor den Ölmangen! Der kann nur von nem Turm geschossen worden sein! Haben wir nen Detektiv hier! Den Nightshade! Wo ist er? Oh fuck! Ich hasse Spinnen und die sehen aus wie Spinnen! Huah! Mittlerweile sind alle da! Das ist das Problem! Auch der, der den HeadRab Launcher geschossen hat, ist mittlerweile rüber gekommen! Alter! Die fangen jetzt aber aus mit mir! Wo seh das? Ja, die sind schlimm! Sind jetzt mal endlich alle tot hier? Danke! Hab's ja geschafft! So bist du Traitor, Julia! Da ist noch einer! Du hast glaub ich keinen getroffen! Ich mein eigentlich... Alter, wie viele hat's denn erwischt? Bevor er sagt, wenn er dies, dann schieß ich den ab! Nefias ist es! Nein! Ich bin in der Müllton und versteck mich! Nefias ist confirmed! Wat bin ich? Ich bin nicht confirmed! Am Arsch! Was hab ich denn gemacht? Nix! Ja, den HeadRab Launcher befindet? Doch! Ich glaub da du ist Traitor, wenn er sowas wieder macht! Wer lebt noch? Kann schon sein! Hallo? Der Marv ist auch und Julia ist auch mit mir oben! Also, ich könnte Marv und Nefias sagen! Das sind meine beiden Verdächtigen! Ich hab sie ja im Scoreboard markiert! Ja, ich auch! Ich hab sie im Scoreboard markiert! Ich hab sie ja im Scoreboard markiert! Der Detective ist tot, möcht ich sagen! Ja! Komm hier dein! Wo ist Nefias? Ist mir scheiße gelaufen! Calle Detective, was passiert denn? Ja, dann steht im Chat, dass ein Detective herkommen soll! Sieh das dann auch! Ah! Auf mich wird geschossen! Ja, eh nicht von mir! Ah! Ah! Scheiße! Es ist einer oben im Haus! Ein Crab sagt nichts mehr! Es könnte ein Crab sein! Außer er ist tot! Also... Eigentlich alle die noch leben Traitor sein! Auch du! Ja, der im Haus ist und noch Inno ist oder beziehungsweise noch mal leben möchte, soll mal kurz was sagen! Nefias wird eh abgeschossen! Okay, wenn jetzt keiner mehr redet, baller ich jeden ab, den ich seh! Ja wieso? Ja wieso? Ich lebe noch! Ja du bist ja eh Traitor! Ne, ich bin kein Traitor! Doch doch! Das ist ja schon klar! Ich hab Inno's Cent unten links hier! Ja ja, bist du Traitor! Ja ja! Also ich kenn das ja von dir! Alter! Warte, Dalu! Der andere ist so ein Craigs! Nein, bin ich nicht! Ich hing fest! Lass mich erstmal in Ruhe die Traitor-Leiche hier confirmen, ja? Naja, du bist der Traitor! Yes! Gut, Mom! Wie schreibt man dann hier? Dalu, lass mal aber auch random rein! Ich hab gesagt, ja der im Haus ist und Inno soll was sagen! Du hättest ja was sagen können, wenn du Inno bist! Ja, aber da kannst du nicht einfach einfach loszuballern! Ja, wieso natürlich! Du hättest doch einfach was sagen können! Du hättest einfach was sagen können, ja ich bin auch noch am Leben! Ist doch gut gewesen! Sind ja klar, dass die Traitor die Klappe halten, nachdem alle erschossen wurden! Sehr gut! Wunder gar nicht alle erschossen! Die brennt's noch! 2 Leute! Haben wir erschossen nur! Crap schon fast das meine Mutter betrachtet! So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Was tut! Ciao!